Was war das denn bitte für ein geiles erstes Spiel zwischen den Golden State Warriors und Los Angeles Lakers heute Nacht? Ein unglaublich aufregender und hochklassiger Auftakt einer hoffentlich richtig epischen Zweitruhenserie in der Western Conference. Alle Spieler waren mit dabei, die Stimmung war mega, der Spiel war lange eng, dann nicht mehr, dann wieder, dann wurde es dramatisch und am Ende konnten die Lakers das erste Spiel aus San Francisco klauen. Dieses Duell ist aus so vielen Gründen extrem spannend mitzuverfolgen, nicht nur für Leute wie mich, die das Ganze aus einer Fanperspektive schauen. Wie wir in den nächsten Minuten auch klar erkennen, trafen da heute zwei unterschiedliche Basketballphilosophien und komplett unterschiedlich spielende Teams aufeinander und ich kann es kaum erwarten, mehr davon zu sehen in den nächsten beiden Wochen. Aber nicht so schnell, ganz von vorne, die Lakers gewann Spiel 1 mit der 917 zu 112 und schnappten sich damit den Heimvorteil in dieser Serie. Anthony Davis war der mit großem Abstand beste Spieler auf dem Parkett, er spielte die gesamte zweite Hälfte durch und kam auf absurde 30 Punkte und 23 Rebounds. LeBron, Russell, Reeves und Schröder scoreten ebenfalls zweistellig. Auf der anderen Seite scoreten Curry, Thompson und Poole alle drei über 20 Punkte, vom Rest der Dubs kam allerdings nicht so viel. Golden State traf 21 Dreier und nahm 53, das sind knapp 40%, während die Lakers nur 6 ihrer 25 Dreier verwandeln konnten, dafür allerdings 25 Freiwürfe erfolgreich unterbrachten im Vergleich zu den 6 der Warriors und doppelt so viele Punkte in der Zone erzielten. Aber brechen wir das doch alles in den nächsten Minuten mal ein bisschen genauer runter und schauen uns detailliert an, was denn eigentlich genau passiert ist. Gefallen euch meine Videos, dann lasst ihr gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Starten wir doch erstmal mit der Defense der Lakers und die war auf der einen Seite teilweise so zu erwarten, auf der anderen Seite aber auch von der Idee her schon ziemlich extrem. Der Plan war einfach formuliert, wir verteidigen Steph Curry, Klay Thompson und Jordan Poole draußen an der Dreierlinie, alle anderen werden ignoriert. Und dafür beschützen wir die Zone, lassen so wenig Versuche wie möglich am Korb zu und halten die Dubs von der Freiburflinie fern. Vanderbilt startete an Curry, Reeves an Thompson, so wie es sein soll, Davis war an Looney dran, auch das war die richtige Entscheidung. Die Lakers entschieden sich, wie das in meiner Preview auch als Möglichkeit angesprochen wurde, für eine sogenannte High-Drop-Defense, bei der Davis also höher steht als bei einer klassischen Drop-Coverage, allerdings nicht so hoch, dass es eine Hedge-Defense ist und er auf Höhe des Screens oder sogar noch weiter draußen agiert. Ich war und bin ein sehr großer Fan von dieser Taktik, da man es gleichzeitig Curry schwer macht, Davis aber noch trotzdem zumindest einigermaßen in Korb nähe behält, den Rollman nicht hinter sich lässt und die Defense nicht in Scramble-Mode gerät. Man muss damit leben, dass Steph dann auch mal so einen Dreier trifft, aber damit muss man eben auch leben, man kann nicht alles wegnehmen und diese Taktik ist in meinen Augen die beste gegen ihn und gegen dieses Golden State Team. Genauso verteidigt man übrigens auch Klay Thompson, hier sieht man warum das so gut funktioniert, Klay hat kaum Platz für seinen Wurf, Davis allerdings zwischen ihm und dem Korb, Klay muss abstirpen, er ist extrem schwer, die Lakers holen den Stopp. Was LA außerdem machte, war wie angesprochen die anderen Warriors-Rollenspieler zu ignorieren, hier Gary Payton, weil es LA wichtiger war den Korb zu beschützen und Versuche am Ring zu verhindern. Und deswegen will ich auch überhaupt nicht hören, dass sich Warriors-Fans über die Differenz bei den Freiwürfen beschweren, wenn du nie in die Zone gehst und nur Dreier ballerst ohne Ende, dann gehst du halt auch nicht an die Linie und das Team was am Korb gelebt hat auf der anderen Seite wird eben auch häufiger gefoult. Ich fand es war insgesamt schon eine ziemlich vergefiffene Partie. Aber zurück zur Lakers-Defense in Hälfte 1, denn natürlich musste man sich etwas gegen das gefürchtete Warriors-Offball-Game einfallen lassen. Man spielte sogenannte Top-Lock-Defense gegen die Offball-Schüler der Dubs, heißt man will ihn den Laufweg nach oben wegnehmen und das gelang auch zum überwiegenden Teil ziemlich gut. Hier, weder Klay noch Steph kommen an den Ball, Davis ist als extra Help-Defender noch da, LeBron wäre bereit, falls Looney auf die Idee kommt, es selber zu machen und man lebt damit, dass Wiggins freigelassen wird. Die Warriors reagierten entsprechend mit Cut zum Korb, was so halb funktionierte, mal ja und mal nein, LA passte dann aber irgendwann besser auf und ließ diese in Hälfte 2 nicht mehr so wirklich zu. Golden State scoret aber trotzdem mehr als ordentlich im ersten Durchgang, was ein paar Gründe hatte. Zum einen machten die Lakers-Defender mehrere Male echte Fehler, wie hier wo Reeves penned und Pool frei wird, oder hier wo Curry oft bei seinen Verteidiger abschütteln kann. Dann ging die Lakers immer wieder gegen Pool oder Thompson oder dem Screen durch, was diese bestraften 9 LA daraufhin abstellte. Und die anderen Warriors-Shooter, die von den Lakers ignoriert wurden, bestraften im ersten Durchgang immer mal wieder auch diese Taktik. Also auch wenn die Resultate im ersten Durchgang eher durchwachsen waren, war ich doch insgesamt sehr zufrieden mit dem Prozess dahinter und der Strategie der Lakers im Allgemeinen. Ein paar Fehler ausbügeln, ein paar kleine Adjustments, ein paar kleine Details ändern und das Ding läuft nach der Pause und genauso kam es dann auch, die Warriors erzielten gerade einmal 48 Punkte in Durchgang 2. Die Taktik blieb die gleiche, High-Drop-Defense gegen die beiden Superstars und das Ignorieren der Rollenspieler und dickes Lob an Schröder und vor allem Vanderbilt für ihre Defense an Steph Curry. Und Top-Lock-Defense, um Off-Ball-Down-Screens und Hand-Offs zu verhindern und dann lassen wir eben jeden werfen, der nicht Curry, Thompson oder Pool hinten auf dem Jersey stehen hat. Davis verteidigte etwas höher an dieser Drop-Coverage, das war ein kleines Adjustment, heißt noch mehr Hilfe zum Core-Pin und von den Rollenspielern weg. Die Strategie ging aber auf, gerade Thompson struggelte riesig nach dem Seitenwechsel. Wir sahen immer wieder Stunts zur Mitte von dem Help-Defendern hin und auch das war ein Adjustment von Hamm zur Pause, achtet mal auf Vando hier. Oder auf D-Law und AD in diesem Angriff der Warriors, das hatte einen echten Einfluss. Diese Taktik funktionierte überragend gegen Curry, wie gesagt, davon macht er auch mal welche, aber das nimmst du lieber, wenn du die Lakers bist, als komplett offene Dreier oder unbedrängte Versuche von anderen Warriors-Rollenspielern am Korb. Steph Curry blieb extrem blass bis zu diesem Run der Warriors ab Mitte des vierten Viertels, dann glich man das Spiel aus und der L.A. hatte ziemlich Glück, den Sieg mitzunehmen, die Führung aus der Hand zu geben, war richtig unnötig und fahrlässig. Als man auf einmal zweistellig vorne war, hörte man auf zu spielen, wurde sorglos und lud den Gegner wieder ein, zurück ins Spiel zu finden. Am Ende riss man sich da aber doch zusammen und holte den Sieg. Kommen wir doch mal zur anderen Seite des Parketts, auch dort zeigt der L.A. über dreieinhalb Viertel eine sehr, sehr stabile Leistung. Auch das wurde in meiner Preview von gestern thematisiert, die Warriors haben defensive Schwachstellen und davon nicht wenige und genau das haben die Lakers auch angegriffen. Looney ist an sich kein schlechter Verteidiger, aber ihn um einen Downscreen herumgehen zu lassen, um AD zu verfolgen, ist eine zum Scheitern verurteilte Mission für ihn. Und ihn im 1 gegen 1 gegen Anthony Davis zu stellen ebenso. Jamaika Green wurde mal sowas von schnell vom Parkett wieder runtergespielt, während du Poole beispielsweise nicht so schnell benchen kannst, aber auch er wurde defensiv gnadenlos abused. Insbesondere Dennis Schröder hatte ein richtiges Vergnügen mit ihm, konnte machen was er wollte und zog in diesem Duell immer wieder nach Belieben zum Korb. Dennis hat auf beiden Seiten des Parketts einen fantastischen Job gemacht, bitte unbedingt weiter so. Und auch Stephen Curry war ein gefundenes Fressen für die Lakers Guard, so oft es ging involvierte man ihn in Isolations und Ballscreen Actions und das immer wieder mit Erfolg. Es war gar nicht mal unbedingt dieses klassische Match-Up-Hunting, was LeBron oder Harden früher immer gegen Steph gemacht haben. Heute Nacht war es häufiger eher so, wer auch immer Steph als Match-Up hatte, ging zur Arbeit, egal ob D'Lo, Schröder oder wie hier Reeves. Sehr, sehr cool übrigens auch die folgende Sequenz, die den Basketball-LeCoup von Reeves zeigt. Einen Angriff später, als der, den wir gerade gesehen haben, zieht er nämlich wieder zum Korb, kickt zu Vandu raus und er weiß genau, dass Curry sofort chillt, weil man einfach kein Close-Out gegen Vanderbilt laufen muss. Also relocated er, heißt rennt zurück in die Dreierlinie und kommt zu einem guten Look. LeBron machte zwar insgesamt ein eher durchwachsendes Spiel und war nicht sonderlich effizient, was aber auch an seiner erneut desaströsen Dreierquote lag, aber mir hat gefallen, dass er zumindest wieder häufiger am Ball war. Er war mehrere Male erfolgreich im Post aktiv und wir sahen endlich auch mal wieder ein James-Davis-Pick'n'Roll, ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. LA war auch dank der Offense, obwohl die Dreier nicht gefallen sind, auf dem Weg, das Ding im vierten Viertel komfortabel zu gewinnen. Die Warriors stellten dann allerdings überraschend auf Zonenverteidigung um, was komplett den Rhythmus aus der Lakers-Offensive nahm und auf einmal gar nichts mehr ging. Außerdem gingen die Dubs klein, man setzte Luni auf die Bank und spielte mit Draymond auf der 5, was wir denke ich auch noch mehr sehen werden in den nächsten Spielen. So etwas darf einfach nicht passieren, gerade in einem Playoff-Game, auch wenn man noch mit einem blauen Auge davongekommen ist. Also, ich persönlich bin mega happy und optimistisch, das war eine wunderbare Vorstellung über weite Strecken. Golden State hat irre viel getroffen und trotzdem verloren, Hamm und sein Steph haben mal wieder alle Adjustments gemacht, Davis war absolut dominant, LeBron sah besser und spritziger aus als noch gegen Memphis, ich liebe es. Die Warriors sind in diesem extrem spannenden Schachtel nun am Zug, sie müssen an beiden Endes-Parketts unbedingt Lösungen finden. Gibt man Curry mehr den Ball und wenn ja, wie zieht man AD weiter weg vom Korb, um in der Zone mehr hochprozentige Chancen zu kreieren? Was macht man gegen das Match-Up-Handing der Lakers? Stellt man Green eher an Davis ran und versteckt Luni? Ist Zone-Defense in Spiel 2 vielleicht sogar schon eher ein Thema? Absolut kein einfacher Job. Aber die Warriors werden zurückschlagen, man wird Adjustments machen und in Spiel 2 besser sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Schreibt mir jemand in die Kommentare, was ihr von dem ersten Spiel der Serie gehalten habt. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.